Also wieder ein kleiner Spaziergang mit der Nives, diesmal weiter weg von unserem Grundstück und sie macht sich absolut super. Man muss ein bisschen Zeit geben, aber wenn wir uns die Route anschauen, die ist nicht eingeklemmt, gar nicht. Sie ist neugierig, sie ist mutig, sie ist gescheit. Sicher, Dinge die sie das erste Mal erlebt, die schrecken sie, aber beim zweiten Mal ist das alles schon wieder gar kein Problem mehr. Sie lernt absolut. Ah Nives, 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 komm her, Nives, da kommt sie ja, die kleine Maus. Tüchtiges Mädchen, ganz tüchtig ist sie. Hoppla, ganz wichtig ist für sie zu schnüffeln, man muss ihr die Zeit geben, alles kennenzulernen, und wir gehen hier auf einem wunderschönen Weg, mitten in der Landschaft. Ja, das ist ein Baum, jetzt hat sie sich vor einem Baum geschreckt, gut. Also, der schaut ein bisschen anders aus als andere Bäume anscheinend. Komm, Schätzi, komm, 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 komm. Komm, komm, Nives. Nein, nein, wir gehen hier. Komm, wir gehen hier. Sehr fein. Sie hat so manchmal ein bisschen Attacken, wo sie sich schreckt, dann möchte sie wieder zurück, und das machen wir nicht. Wir gehen weiter. Komm, weiter. Weiter. Ja, so ist gut. Komm, komm, da ist gar nichts, was schlimm ist. Ja. Also, diesen Weg geht sie hier zum ersten Mal, den kennt sie gar nicht, und die macht das einfach ganz toll.